Hallo zufrieden, freude Smartphone. Heute habe ich noch einen WhatsApp-Tipp für Sie. Sie können Fotos, bevor Sie sie verschicken, in WhatsApp direkt bearbeiten. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das geht. Dafür öffne ich WhatsApp und hier in WhatsApp möchte ich eine Nachricht an Anne schicken. Ich tippe also hier auf Anne. Ich möchte Anne ein Bild schicken, deswegen tippe ich hier auf die Büroklammer. Das Bild ist in meiner Galerie und hier in der Galerie wähle ich mein Bild aus. Und jetzt kann ich dieses Bild in WhatsApp noch bearbeiten. Hier oben finde ich Werkzeuge. Das erste Werkzeug, das ist natürlich Zuschneiden. Das heißt, wenn ich hier an diesen Ecken ziehe, dann kann ich den Bildausschnitt hier noch etwas verändern. Wenn ich zufrieden bin, dann tippe ich hier auf Fertig. Das nächste Werkzeug, das ich hier habe, das ist Aufkleber. Ich tippe hier mal drauf. Und jetzt kann ich zum einen Sticker oder Emojis hier auf mein Bild kleben. Ich möchte hier so eine Sprechblase und hier kann ich die Farbe noch verändern. Ich möchte, dass sie schwarz ist. Und mit zwei Fingern kann ich jetzt auch noch die Größe verändern. Ich bräuchte sie ein bisschen größer. Wenn ich mit meiner Auswahl zufrieden bin, tippe ich auch hier wieder auf Fertig. Jetzt hätte ich gerne noch so ein kleines Emoji. Ich tippe also noch mal drauf. Ich tippe hier auf Emoji. Und hier wähle ich mir so ein Emoji aus. Und auch das kann ich jetzt hier noch irgendwo hinsetzen. Ich setze es mal hier unten hin. Als nächstes habe ich hier noch Schrift. Ich tippe auch hier mal drauf. Und jetzt kann ich hier noch was draufschreiben. Das möchte ich machen. Ich schreibe jetzt hier mal. Schönen ersten Advent. Hier brauche ich natürlich noch einen Zeilenumbruch. Ich tippe noch mal rein. Ich tippe hier auf Zeilenumbruch. Auch hier kann ich die Farbe verändern. Ich hätte es aber eigentlich ganz gern in Schwarz. Und ich kann hier noch die Schrift verändern. Dafür tippe ich hier auf dieses T. Die finde ich ganz schön. Wenn ich zufrieden bin, tippe ich hier auf Fertig. Jetzt ist die Schrift zu groß. Auch das kann ich ändern. Mit zwei Fingern kann ich diese Schrift jetzt hier noch mal ein bisschen kleiner ziehen. Und so gefällt mir das. Als letztes habe ich jetzt hier noch den Stift. Ich tippe hier auf den Stift. Und hier habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten zum Zeichnen. Ich kann auch hier wieder die Farbe verändern. Ich nehme jetzt hier mal weiß. Und hier unten habe ich verschiedene Stifte zur Auswahl. Ich habe hier so einen ganz dünnen Stift. Ich nehme den mal. Dann male ich hier mal so ein paar kleine Schneeflocken hin. Und hier auch noch eine. Das war nichts. Hier mit diesem Pfeil kann ich jetzt wieder rückgängig machen. Als nächstes habe ich ein bisschen dickeren Stift. Der ist so ein bisschen dicker. Und hier habe ich noch einen ganz dicken Stift. Das ist jetzt zu dick. Da gehe ich einfach noch mal rückwärts. Wenn mir mein Bild gefällt, dann tippe ich auch hier wieder auf Fertig. Jetzt könnte ich hier unten noch eine Bildunterschrift hinzufügen. Das lasse ich jetzt weg. Und hier mit dem grünen Flieger schicke ich es ab. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, Bilder zu bearbeiten. Und auch das möchte ich Ihnen zeigen. Ich tippe also noch einmal auf die Büroklammer. Tippe noch mal auf die Galerie. Jetzt wähle ich hier noch mal ein Bild aus. Ich nehme dieses hier. Was ich hier auch noch habe, sind Filter. Dafür muss ich einmal nach oben wischen. Und jetzt finde ich hier unten die typischen Farbfilter. Ich fand den ersten am schönsten. Den wähle ich aus. Und dann schiebe ich wieder nach unten. Wenn Sie in Ihrem Bild etwas haben, was man nicht sehen sollte, auch das können Sie verändern. Dafür tippe ich noch einmal auf den Stift. Und jetzt habe ich hier hinten noch dieses Symbol. Das heißt Pixel. Und wenn ich das anwähle und jetzt hier irgendwo im Bild drüber fahre, dann wird dieser Bereich verpixelt und ist damit nicht mehr lesbar. Wenn ich mit meinem Bild zufrieden bin, dann tippe ich hier links oben auf Fertig. So gefällt mir mein Bild und so schicke ich es ab. So können Sie also Ihre Fotos direkt vorm Versenden in WhatsApp bearbeiten. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie und verpassen Sie keine Folge. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020